In diesem Buch geht es nicht um meine Biografie, sondern darum, was ich in meinem Berufsleben erleben durfte und erlebt habe. Und es soll jungen Menschen inspirieren, dass sie es auch versuchen, aus ihrem Leben etwas zu machen, Sinnerfüllung selbst zu erfahren und sagen, es geht nicht, das gibt es nicht, alles ist möglich. Ich glaube, dass wir Menschen sehr viel gefühlsmäßig auch erfassen können und gerade Frauen können das. Und ich glaube auch, dass ich das kann, dass ich Menschen erst mal Vertrauen entgegenbringe. Ich mag Menschen gern und ein Gefühl auch dafür habe, wie kann ich Menschen mitnehmen in einem Gespräch oder in einem Projekt und mit Begeisterung das Ganze erleben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für das Berufsleben. Beides liegt mir am Herzen, also das Unternehmen und die Stiftung. Es sind Menschen, die an das Unternehmen glauben. In der Stiftung und dem Unternehmen besonders wichtig ist es mir, das Werk des Mannes weiterzuführen, die Unternehmenskultur von Welsmann auch in die Zukunft fortzuschreiben. Das war mein Lebensweg eigentlich immer, dass man gesagt hat, geht nicht, gibt es nicht, sondern probier es doch einfach mal. Und das macht vieles möglich und bringt uns natürlich auch selbst weiter. Vielen Dank. Vielen Dank.